Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch hier aus dem verschneiten Finnland. Draußen Schneesturm, hier drinnen lecker warm, aber für euch frisch gepresste Themen. Heute haben wir sehr viel Lufthansa wieder, nachdem gestern ja das Schuhwerk von Lufthansa bei Leut zu kaufen war, gibt es heute eine Telefonsim, die man kaufen kann, eine eSIM, um ganz genau zu sein. Dann bei Lufthansa Tarifvertrag, da gibt es wohl so ein bisschen Bewegung, bei dem Discover Tarifvertrag gibt es auch Bewegung und wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, auch bei den Luftsicherheitskräften gibt es einen Weg zur Schlichtung, aber es ist ein weiter Weg, noch steinig. Oder wie sagt man in einer Mitteilung, es ist quasi noch ein langer, langer Weg. Gut, dann haben wir, Boeing liefert weniger als 10 737 MAX aus im März. Das ist ein Problem und da muss ich noch ein Als eintragen, schnell hinmachen. Und dann natürlich noch ein Verbraucherhinweis, wenn das FBI eine Warnung ausgibt, dann geben wir sie euch natürlich auch weiter. Benutzt nicht die USB-Ladeports an Flughäfen zum Beispiel. Und da gibt es einen Fachbegriff für, was da dort passiert. Und zwar nennt sich das Ganze, warte, 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 das war was mit Juice. Ich fand das Wort so geil, ich habe es voll verdrängt, aber es ist, wo ist es denn jetzt hier? Es ist Juice, irgendwas mit Juice. Juice Jacking. Juice Jacking. Damit kriegt ihr Mailware auf euer Telefon. Nicht machen. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft. Und vielleicht auch einen der Webinare, wir haben wieder kostenlose Kreditkarten-Webinare. Wenn ihr keinen Termin bekommen habt, unter Tarifnummer, könnt ihr einen Termin persönlich beantragen. Auch kostenlos, 15 Minuten. Jetzt haben wir das erste Thema und zwar Schlichtung bei der Lufthansa. Und da ist es doch so, dass wir erst mit dem Bodenpersonal reden müssen, weil da gibt es Schlichtung und die Tarifschlichtung passiert gerade bei dem Luftsicherheitspersonal. Geheimer Ort, Freitag, 13 Uhr in Frankfurt und schätze ich mal Frankfurt, oder? Vielleicht ist der Ort so geheim, dass man irgendwo anders hingeht. Ich finde es nur so lustig, dass man sagt, an einem geheimen Ort. Gut, auf jeden Fall ist es Hans-Henning-Lühr, Emeliger Bremer Finanzstadtrat oder Staatsrat, um ganz genau zu sein, weil Bremen ist ja Stadt, Staat von der SPD und dann von der Verdi und die Arbeitgeber der privaten Luftsicherheitskräfte, die haben sich dort dann versammelt. Und dort geht es dann bis Sonntag 24 Uhr als Frist, denn so lange darf die Schlichtung maximal nur dauern. Wichtig ist für uns, dass Verdi auf weitere Arbeitsniederlegungen während der Schlichtung verzichtet. Aber die Frage ist natürlich auch, gibt es da nicht eine Friedenspflicht? Aber nun gut, was wollen wir dazu sagen? Verhandlungsthema ist natürlich Gehaltserhöhung, dann ist es die Laufzeit, dann ist es ganz klipp und klar, die Auszahlungspunkte zulagen. Nach sechs Verhandlungsrunden ist im Prinzip alles noch offen. Also es gibt nicht nur unklare Punkte, sondern alles ist irgendwie unklar. Alles ist noch in irgendeiner Art und Weise, was der Klärung bedarf. Dann geht es weiter. Aktuelles System sind halt wirklich, dass man Zeitpuffer und jährliche Arbeitszeitkonten hat. Der BDLS, das ist der Bund der deutschen Luftflugdinger, also der Flughäfen, Luftverkehrshäfen, die sagen ganz einfach, Kurzarbeitvermeidung in verkehrsschwachen Zeiten, Arbeitgeberangebot ist halt Stundenlohnsteigerung 3,25 Euro und auch eine Laufzeit von 24 Monaten. Verdi sagt 2,80 Euro, sagt man jetzt erst mal, die bieten mehr, nein, die bieten nur zwölf Monate. Heißt also, da möchte man dann ran und dann ist es so, dass die Schlichterempfehlung natürlich eine Lösung erarbeitet, aber diese Lösung ist leider nicht verbindlich. Wir können uns das Ganze natürlich nochmal angucken. Es gab ja die Schlichtung bei der Lufthansa ja auch. Also insofern, da muss man halt wirklich gucken, Entschuldigung, beim Bodenpersonal auch, beim Luftsicherheitspersonal ist man da halt, ja, ist halt kein Selbstläufer, das ist halt das. Und beide Seiten haben wie immer, wie es auch üblich ist, dort einen gewissen Maulkorb sich verhängt und sagen, wir sagen nichts. Ja, ich bin mal gespannt, was da passiert, das nochmal so als kleinen Aufriss. Und wir haben dann natürlich die Discover Airlines. Da ist es ein bisschen rosiger, denn die sagt, man nähert sich der UFO an, die UFO nähert sich Discover Airlines an, also egal wie, da ist auf beiden Seiten ein bisschen mehr Spaß. Und da ist es so, dass man jetzt quasi die Verhandlung wieder aufgenommen hat und da also auch den ersten, glaube ich, Vertrag sogar macht. Und da ist es auch so, dass man Stehschwagen veranbart hat. Also das ist auch hier jetzt wieder der Fall, weil man natürlich festgestellt hat, wenn man zu viel sammelt nach draußen, dann kommt das nicht so gut. Aber es ist halt so, dass man Fortschritte bei der Vergütungs- und Arbeitsbedingungen haben möchte. Man will sie natürlich dem des Konzerns angleichen, weil was ist denn so eine Discover-Geschichte? Die Discover-Geschichte ist ja, um billiger zu provozieren und produzieren. Und das ist dann halt hier nicht der Fall. Inhaltliche Themen sind natürlich weitgehend alle gesetzt. Auch sind zwei weitere Termine schon geplant. Inhaltlich okay. Aber man möchte als Forderung da wirklich mehr Gehalt haben. und ich bin da mal gespannt, was dort dann passiert mit den Discover-Airlines. Auch bei der Lufthansa, da ist es ja auch so, dass die Kabine sich da in einer Streiksituation befinden könnte, wenn man ehrlich ist, weil die natürlich auch den Tarifvertrag da machen wollen. Und da ist eine ähnliche Situation. Also man hat hier auch eigentlich im Prinzip Stillsteigen vereinbart. Man hat dann Fortsetzungen am Freitag natürlich auch gehabt. 15% Gehaltserhöhung für 18.000 Flugbegleiter bei der Lufthansa, 1.000 bei der Cityline. Man will eine Vertragslaufzeit von 18 Monaten haben. Inflationsausgleich von 3.000. Die sind aber gesetzt, weil das ist irgendwie durch den ganzen Konzern sind diese 3.000 irgendwie alle schon durchgaloppiert. Und dann ist es so, dass es im Moment nur einen Fokus gibt auf die Lufthansa Mainline, wie das so schön heißt. Also dass man da halt wirklich in die Vollen geht. Aber es ist halt wirklich so, dass man, ich sag jetzt mal so, Verzicht auf Streik auf Ostern ausüben möchte. Der letzte Streik war ja am 12. März, also ist ein bisschen her, Gott sei Dank. Aber auch über Ostern wollte man nicht streiken. Also insofern hat man das auch eingehalten. Damit haben wir jetzt die Hasen alle reingeholt. Aber wir sind jetzt nach Ostern, also da müsst ihr jetzt mal gucken, dass da langsam was passiert. Eine interessante Geschichte ist halt wirklich, dass man diese Verhandlung auch nicht ganz loslösen kann von der Discover. Also das heißt, dass dieses alles doch ineinander verzahnt ist. Und jetzt haben wir doch alle Themen, was es um Streik gibt, abgearbeitet. Und jetzt können wir nach fast 8 Minuten und 10 uns schönen Dingen widmen. Und ich weiß gar nicht, warum ich 8 Minuten in der Sendung machen muss für den Streik. Aber es ist heute sehr, sehr streiklastig gewesen bei der Lufthansa. Aber es gibt jetzt was Lustiges. Also nachdem man ja in den Schuhverkauf reingegangen ist, meine Domäne, als Schuhfachverkäuferin bei Lloyd, einem guten deutschen Herrenhersteller, wobei ich mehr die zwiegenähten Schuhe bei Lloyd gut finde. Wobei ich bei Lloyd mittlerweile abtrünnig geworden bin. Ich habe entweder Ludwig Reiter Schuhe aus Österreich oder die lustigen Budapester. Können wir uns auch nochmal angucken. Aber es gibt jetzt nämlich ein Angebot. Ich muss mal gerade gucken, dass das auch ist hier. Ups, was haben wir da? Keine Ahnung, warum das gekommen ist. Aber jetzt seht ihr es. E-SIM-Angebot bei der Lufthansa. Ja, man sieht wie in einem Telefonladen bei der Lufthansa, dass es zwei E-SIM-Tarife gibt mit einer Netznutzung im Ausland. 24,99 anstatt 29,99 für 30 Tage mit 3 GB globalen Datenplan. Oder ihr macht einen globalen Komplettplan. 30 Minuten, 30 SMS. Auch hier 30 Tage Gültigkeit. Dann gibt es die für 34,99 anstatt für 39,99 5 Euro gespart. Und dieses Angebot ist über diese Webseite buchbar. Aber es gibt da auch natürlich ein Problem. Monatliche Verlängerung. Man kann also jederzeit kündigen. Und wenn man sich das Thema mal anguckt, preislich. Ich weiß nicht, findet ihr das attraktiv? Ich persönlich finde das nicht so ganz attraktiv. Muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn man sich die Kommentare auch darunter anguckt, ist zum Beispiel Kritik, warum die Lufthansa jetzt anfängt, auch im Mobilfunkbereich was zu machen. Das haben die 100% eingekauft. Da ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, lass uns das vermarkten. Und die Lufthansa kriegt dann 2,50 Euro oder sowas ab. Aber es ist halt kein billiges Angebot. Und die andere Sache ist, wo man sich hier drüber beschwert, ist, dass das eine unzweckmäßige Investition von Lufthansa sei und sich mehr auf die Kernprobleme beschäftigen oder konzentrieren sollte. Zum Beispiel den Net Promoter Score, dass mehr Leute mit Lufthansa fliegen wollen, als sie telefonieren wollen. Wobei ich glaube, das ist gar nicht so schwer, dass mehr Leute mit der Lufthansa fliegen, als sie telefonieren wollen. Ich glaube, das handelt sich hier um ein Branding. Aber hier bin ich mal gespannt, was eure Kommentare sind. Zu dem Thema und inwieweit ihr sagt, dass das ein Zukunftsmarkt ist für die Lufthansa. Da bin ich mal wirklich gespannt auf eure Kommentare an dieser Stelle. Ich muss da auch wieder ostzentativ ein- und ausatmen. Und zwar, immer wenn es um Boeing geht, dann ist es halt mit der 737 MAX immer sehr schwierig. Weil es gibt jetzt auch wieder, ich sage jetzt mal interessante Nachrichten in der Hinsicht, dass man nur 10 Flugzeuge, sogar weniger als 10 Flugzeuge im März ausgeliefert hat. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das ist natürlich nicht gut und das ist dumm. Wenn man jetzt also wirklich guckt, dass die natürlich durch die FAA-Kontrollen eine verlangsamte Produktion haben. Das heißt, man hat da richtig Leute, die einem auf die Finger gucken und sie brauchen das. Und es gibt übrigens von Spirit Aerosystems, das sind die, die die Hülle herstellen, also die Flugzeughülle, die werden wohl aufgespalten werden. Und da gibt es wohl Diskussionen, dass der Teil, der für Boeing produziert, zu Boeing geht und der Teil, der für Airbus produziert, zu Airbus geht. Also da gibt es dann Neuigkeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die FAA natürlich nach Verlust des Türstopfens da halt bei Alaska Airlines, da bei denen auf die Finger schaut und sagt, du, 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 das geht nicht. Und das ist ja auch richtig so. Auch ist es so, dass es Beeinträchtigungen hat für Fluggesellschaften, United und Ryanair. Ryanair hat ja so ein bisschen gesagt, dann haben wir ja auch das Thema bei United. United hat ja drei 21er Neos vom Leasingmarkt gekauft, weil man nicht mehr an die 737 Max 10 glaubt. Weiter geht es so, dass es natürlich so ist, dass wenn man sich das einfach anguckt, dass dieser Personalwechsel im Management natürlich auch eine Riesenauswirkung ist. Das ist für Kalun, dass der geht als CEO. Das ist jetzt im Prinzip der zweite CEO, der über das Programm gestolpert ist. Und ich verstehe einfach nicht, dass das so schwierig ist bei den Freunden bei Boeing, dass sie da irgendwie die Kontrolle verloren haben. Aber daran sieht man halt, dass man bei Boeing die Kontrolle über sein Leben verloren hat, weil man das Thema nicht in den Griff kriegt. Ich habe keine Angst, also ihr habt keine Angst, ich habe keine Angst, weil ich habe keine Frage des Tages. Ich finde die Boeing trotzdem sicher. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber man muss halt gucken, dass die Prozeduren bei der Produktion halt wesentlich besser sind, als sie im Moment sind. Deshalb habe ich dafür Verständnis. Und dass man halt wirklich jetzt im März weniger als 10 737 MAX ausgeliefert hat, ist natürlich eine Folge der Sache. Ist halt einfach so. Und man kann natürlich auch jetzt gucken, wie ist die Zukunft? Weil wenn man diesen zivile Sparte sich anguckt, dann ist das ein echter Verlustbringer im Moment wahrscheinlich. Also sie machen da keine Knete. Und da muss man halt gucken, welche Verpflichtungen auch daraus entstehen, dass man Flugzeuge später liefert. Oder vielleicht kommt die MAX 10 gar nicht und dann muss man halt kompensieren, weil man nicht geliefert hat. Also man kann das natürlich wie bei Lufthansa machen, dass Lufthansa für die 777X wahrscheinlich einen sehr guten Preis für die 737 MAX gekriegt hat. Aber man muss halt einfach wirklich gucken, ob die Banken noch Vertrauen haben, ob die Investoren noch Vertrauen haben oder ob da wieder der Staat durch die Hintertüre über die Defense, also über die Verteidigungsgeschichten einspringen muss und da dann Militärflugzeuge subventioniert. Also da bin ich mal gespannt. Also ich denke mal, der Wert, der sich beim Boeing gerade bemisst, ist halt Defense and Aerospace. Also das heißt, dass die da besser sind. Jetzt das letzte Thema. Das Thema, das ist ein Thema, dem ich auch erst in letzter Zeit verstärkt, eigentlich dem USB-Thema habe ich schon immer Bedeutung zugemessen, weil ich fand die teilweise auch yucky, also ekelhaft, aber auch Wi-Fi. Also das sind so zwei Themen, die wir mal besprechen müssen, weil das FBI hat jetzt eine Warnung rausgegeben wegen Juice Jacking. Das Thema Juice Jacking hatte ich irgendwann auch schon mal in der Sendung, meine ich zumindest, gehabt zu haben. Das ist auf jeden Fall seit 2011 bekannt. Juice Jacking ist im Prinzip, dass man eine Spyware, Malware auf das Telefon lädt, wenn man es am Flughafen in USB zum Laden schon alleine steckt. Und das ist halt etwas, was ich persönlich so auch auf dem Schirm habe, aber nicht wirklich im Fokus hatte. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr sagt, ja, das habe ich auf der Agenda und da kommt auch die Frage des Tages zu. Die Frage des Tages ist, seid ihr vorsichtig am Flughafen beim Laden oder sagt ihr, naja, nee, eigentlich nicht. Und auch dann Wi-Fi, das ist ja das nächste Thema. Ich selber benutze ja immer so eine, wo habe ich die noch? Ich habe nur den Support-Zettel von meinem, seht ihr das hier? Da seht ihr es, das ist meine Travel-WLAN, was eigentlich auch sehr komfortabel ist. Und genau das ist das Problem mit dem Wi-Fi. Aber jetzt nochmal zurück zum Juice-Jacking. Beim Juice-Jacking ist es halt wirklich so, dass die FCC, das sind die, die die Frequenz verwalten zum Beispiel und das FBI in den USA, das Abkürzung ist die Federal Communications Commission, die machen Zertifizierung und so weiter, die sagen, man sollte halt wirklich da aufpassen. Man soll halt wirklich aufpassen aus Sicht des FBI, wenn man die Geräte lädt. Aber jetzt kommt das Risk Assessment. Also man muss ja mal gucken, wie hoch ist das Risiko. Und ich zitiere vom FBI selber, die sagen low. Also das heißt niedrig, denn es gibt wenig beziehungsweise eigentlich keinen bestätigten Fall innerhalb der USA. Also das muss man dann mal der Wahrheit herber sagen. Aber das potenzielle Risiko ist halt da. Und wenn jemand mit einem Firmentelefon unterwegs ist oder mit einem Firmengerät, dann ist das natürlich ein Problem, wenn das so ein Einstiegstor ist. Und Handy, Telefon, Computer, die kommunizieren ja auch permanent miteinander, wobei ich im Moment ein Airdrop-Problem habe, aber das ist ein anderes Thema. Dann ist es so, dass man halt wirklich vom FBI diese kostenlosen USB-Spots vermeiden sollte. Dann ist es so, was kann passieren? Es kann sein, dass die Telefone eine Malware oder eine Spyware drauf bekommen. Also einmal, dass die Themen wirklich ausspioniert werden, aber auch, dass man das Telefon, ja, von Entfernung aus einfach dicht macht und sagt, hier, wenn du nicht zahlst, dann kriegst du deine Daten nicht zurück. Und das ist natürlich ein richtiges Problem. Und das andere ist einfach, dass die Daten gestohlen werden. Gut. Bei mir wäre es jetzt nicht dramatisch, weil die drei E-Mails, die ich habe, das ist auch nicht wichtig. Aber was man jetzt machen sollte, sagt die FCC, man sollte halt wirklich Akku-Packs selber benutzen, also eigene oder aber einfach direkt an die Steckdose stecken mit einem eigenen Ladegerät und auch zertifizierte Kabel benutzen. Also ich benutze bei meinen Apple-Geräten immer Apple-Kabel oder aber Kabel, die irgendwo mitgeliefert worden sind von meinem Rode oder von meinen anderen Geräten, die halt relativ hochwertig sind. Dann ist es so, dass man bei Apple und bei Samsung natürlich guckt, dass man da jetzt irgendetwas reinprogrammiert kriegt, dass das nicht ein Problem ist. Und was man auch machen kann ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr euer Gerät verbindet, dann fragt ihr ja, ob man auch Daten oder sowas transferieren darf. Selbst beim Mietwagen mache ich das so, dass ich beim Mietwagen einfach nur sage, nee, keine Daten transferieren, charging only. Wird ein bisschen schwierig, wenn man Apple CarPlay nutzen möchte, aber das ist halt dann immer so ein bisschen Risiko-Nutzen-Abwägung. Also hier das Thema sollte man ein bisschen beachten, sollte dann auch mit der Wi-Fi-Box arbeiten, Travel-Wi-Fi, was ich übrigens letztens im Flugzeug in Helsinki, von Los Angeles nach Helsinki genutzt habe. Und zwar habe ich ja als Platinum ein Interweb frei und ich habe mich einfach mit dem Ding eingeloggt und so konnte ich mich mit allen Geräten ins Internet einloggen. Natürlich ist das nicht schnell, aber zumindest WhatsApp und so weiter hat funktioniert. Damit haben wir die 20 Minuten voll. Ihr könnt die Frage des Tages beantworten, wie ich euch nochmal vorlese. Seid ihr vorsichtig am Flughäfen, selbst beim Laden der Akkus? Wie geht ihr beim WLAN vor im Rahmen der Sicherheit? Das könnt ihr kommentieren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert, die Glocke und so weiter anmacht. Kanalmitgliedschaft oder einen, der Webinare teilnimmt. Und ansonsten bis morgen in Alter und in Frische. Morgen versuche ich noch eine zweite Sendung zu machen mit Meilenmittwoch, aber an einem Samstag, da der letzte Meilenmittwoch auch irgendwie aufgrund von Jetlag ausgefallen ist. Ich persönlich bedanke mich, dass ihr geschaut habt, freue mich auf euch und bis morgen in Alter und in Frische und für euch wie immer an dieser Stelle als Dank der Abspann. Also bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020